Musik Im RedFak Shop der Stadtwerke Kaffeeberg passierte etwas Besonderes. Wir haben geplant, im Zuge eines Total-Umbaus bei uns im Elektroshop einen Totalabverkauf zu starten, der mit letzter Woche begonnen hat. Wir haben geplant, mit dem 14. Jänner den Shop zu erneuern, das heißt komplett Möbiliar zu erneuern. Und dazu haben wir eben letzte Woche mit einem Totalabverkauf für Großgeräte und alle Geräte, die im Elektroshop sind, begonnen. Was wird umgebaut und was wird abverkauft? Es werden Großgeräte wie Waschmaschinen, Wäschetrockner, dann auch die ausgestellten TVs, LCT-TVs, Kaffeemaschinen, Küchenzubehör und Küchengeräte. Und geplant ist es, das komplette Möbiliar zu erneuern im Zuge dieses RedSack-Designs. Und der startet eben mit 14. Jänner. Musik 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 Musik